Sehr brav. Die Jugendstunde ist feiert beendet. Sehen Sie nächste Woche. Nur ein bisschen braver sein in der Schule, gell? Nicht grinsen. Das Handy ist zum Telefonieren und nicht zum Videos drehen. Wir haben schon einen tiefen Spielberg, gell? Abflug, gehen wir. Notruffeuerwehr, wo genau befindet sich der Notfallort? Rückrufnummer und Name? Was genau ist passiert? Keller unter Wasser. Die Kollegen sind alle mit und unterwegs. Zimmerbrang. Befinden sich Personen im Zimmer? Keine. Wunderbar. Ein Verkehrsanfall einer eingekennten Person. Herr Haubert kann es ruhig bleiben, die Kollegen sind verständigt und bereits unterwegs. Herr Christoph von Besatzenkleid, kommt, zieht dich um und fahr mit. Nur da da. Da kann man ja nochmals kommen. Und deswegen brauchen wir die. Bei der Freiwillig. Seh ich was.